Skurriler Kampf mit einer Riesenpython in Thailand. Oder wie viele Männer braucht es, um eine störrische Riesenschlange unter der Motorhaube hervorzuholen? Weil der Motor plötzlich stottert, hat eine Familie in der nordthailändischen Stadt Bang Klang ihren Wagen in eine Werkstatt gebracht. Als der Mechaniker die Motorhaube öffnet, bekommt er einen Riesenschreck. Auf dem Motorblock liegt eine Würgeschlange. Der Mechaniker ruft die örtlichen Schlangenfänger.